Parmenides aus Elea war einer der bedeutendsten griechischen Philosophen. Er wird zu den Vorsokratikern gezählt und lebte in Elea, einer von Griechen gegründeten Stadt in Süditalien. Leben, die oben genannten Geburts- und Sterbedaten des Parmenides sind ungesichert. Auch dass er Plutarch zufolge in Elea als Gesetzgeber aufgetreten sein soll, kann nicht belegt werden. Antike Quellen geben an, dass Parmenides ein Schüler des Xenophanes sowie der Lehrer des Xenon von Elea und des Melesos Auch dafür existieren keine Beweise. Laut Diogenes Lertius soll Parmenides zwar Vorträge des Xenophanes gehört haben, doch dürften eher die Ergebnisse der kritischen Reflexion von dessen Lehre Eingang in das Werk des Parmenides gefunden haben, als dass er dessen Gedanken darin fortführte. Die Meinung es sei unmöglich sicheres Wissen zu erlangen wie sie Xenophanes vertrat ist für diese Annahme das Hauptargument. Dagegen bezeichnet Diogenes Lertius den Parmenides als Schüler des Pythagoreas Arminias Sohn des Diochals. Ein Hinweis auf die Lehrerschülerverbindung zwischen Parmenides und Xenon wird in Platons Dialog Parmenides gegeben, in welchem Platon Parmenides und Xenon gemeinsam auftreten lässt. Der Verlauf des Dialogs jedoch in dem Parmenides die Untersuchung seiner Lehre auf dieselbe Art durchführt, die in anderen platonischen Dialogen Sokrates anwendet sowie der Umstand, dass der Dialog zu Aporien führt, die ungelöst bleiben, lässt die tatsächliche Teilnahme des Parmenides zweifelhaft erscheinen. Was auch den Hinweis Platons auf die Verbindung zwischen Parmenides und Xenon zur Spekulation macht. Gemäß zeitgenössischer Forschung gilt Parmenides ebenfalls als Lehrer von Leukyp. Werk Parmenides hat ein einziges sehr kurzes Werk verfasst. Die Kenntnis dieses Werkes verdanken wir dessen Überlieferung durch den griechischen Philosophen Simplicios. In der Rezeption wird das Werk als Lehrgedicht bezeichnet und mit dem Titel über die Natur versehen. Diesbezügliche Autorisationen durch den Verfasser existieren ebenso wenig, wie für die von verschiedenen Interpreten vorgenommene Gliederung der parmenideschen Schrift in die drei Teile, Proemium Altaia und Doxa. Des Weiteren herrscht in der Rezeption die Meinung vor, das Werk des Parmenides sei lediglich in Fragmenten erhalten geblieben, was mit einiger Sicherheit jedoch nur von dem Teil gesagt werden kann, der von verschiedenen Interpreten als Doxa bezeichnet wird. Das Werk beginnt mit dem Bericht des Erzählers von einer Reise, die ihn bis vor das Tor führt, durch welches die Pfade von Tag und Nacht verlaufen und das von Dieke der Göttin der Gerechtigkeit bewacht wird. Nachdem Dieke dem Erzähler Einlass gewährt hat, wird er von einer namenlosen Göttin begrüßt, die von nun an allein das Wort führt. Sie erklärt ihm zunächst, dass ihn sein Wandeln fernab von den üblichen Pfaden der Menschen an diesen Ort geführt habe, weshalb sie ihm nunmehr offenbaren werde, was es einerseits über die Wahrheit an sicheren zu sagen gibt und was andererseits den Sterblichen wahr zu sein scheint. Mit Sicherheit, so fährt die Göttin fort, muss gesagt werden, dass das Seinde ist, das Nichtseinde hingegen nicht. Das Seinde, so Parmenides, sei vollendet und gänzlich unveränderbar. Die Möglichkeit einer Veränderung oder Zerstörung sei undenkbar und somit sei die Annahme irgendeiner Form der Veränderung des Seinden bloße Meinung und somit purer Schein, was sie in den Gegensatz einer Erfassung des Seinden durch die Vernunft setzt. Mit verschiedenen Ansätzen wiederholt die Göttin im Weiteren diese Einsicht und entwirft dabei ein Bild des Seinden als eines unentstandenen, unteilbaren in sich gleichartigen Ganzen, dessen Vollkommenheit mit der einer Kugel verglichen wird. Nachdem die Göttin ihre Rede über die Wahrheit des Seins abgeschlossen hat, folgen einige Sätze zu dem, was in den Meinungen der Menschen wahr zu sein scheint, aufgrund der Aneinanderreihung dieser Sätze entsteht in der Tat der Eindruck, dass es sich bei ihnen um erhalten gebliebene Bruchstücke einer ursprünglich umfangreicheren Aufzeichnung handelt. Rezeption Mit Blick auf den religiösen Kontext von Parmenides Werk haben einige Forscher, darunter Alexander P. Morrelatus, Charles H. Kahn und Peter Kingsley in Deutschland, Klaus Heinrich und zuerst Martin Heidegger, Die rein philosophische Deutung des Parmenides in Zweifel gezogen. Sie meinen, man habe bislang dem apokalyptischen Kontext zu wenig Beachtung geschenkt, in dem Parmenides seine Darlegungen gestellt habe. Daher sei seine Lehre auf eine Weise gedeutet worden, die dem ursprünglichen Werk nicht gerecht werde. Unbestritten ist der Einfluss des Parmenides auf Platon, über den Parmenides maßgeblich die abendländische Philosophie beeinflusst hat. Platon selbst nennt ihn unseren Vater Parmenides und lässt ihn in seinem Parmenides-Dialog auftreten, wo er sich dialektisch mit Sokrates auseinandersetzt. Im Dialog Theaetetos erklärt Sokrates Parmenides sei unter allen Weisen der einzige gewesen, der bestritten habe, dass alles Bewegung und Veränderung sei. Textausgaben und Übersetzungen Hermann Diels Parmenides Lehrgedicht Mit einem neuen Vorwort von Walter Burkhardt und einer revidierten Bibliografie von Daniela D. Schäckow, Berlin, Akademia 2003, Punkt, Punkt, Punkt. Ernst Teitsch Parmenides Die Fragmente Griechisch-Deutsch HSG Übersetzt und Erläutert Artemis Zürich 1995 U. V. O. Hölscher Parmenides Vom Wesen des Seinden Die Fragmente Griechisch und Deutsch HSG Übersetzt und Erläutert Surkamp Frankfurt am Mai 1969 Geoffrey Kirk John E. Raven Malcolm Schofield Die Vorsokratischen Philosophen Einführung Texte und Kommentare Metzler Stuttgart 1994 263 zu 289 Jartmannsfeld Die Fragmente des Lehrgedichts Übersetzung und Gliederung Stuttgart Riecklem 1985 Kurt Rietzler Parmenides Text Griechisch-Deutsch Mit einem Nachwort von Hans-Georg Gadamer Frankfurt am Main 2001 ISBN 978-3465-031512 Leonardo Terran Parmenides A Text with Translation Commentary and Critical Essays Princeton 1965 Raphael Parmenides Über die Anordnung der Natur Pumaca Brand Verlag Deutsche Ausgabe 2012 ISBN 978-39359 937-993 937-993 937-993 937-993 937-993 Vielen Dank.